Hallo und herzlich Willkommen bei RedDog Vlog Ich wollte gerade wieder Gamble sagen, ach Gemini Wir sind heute hier in Vosswinkel, wir haben heute die Wanderroute der V-Weg Vosswinkel aus diesem Buch Das wäre die Tour 14 Heute ist der 3. März 2021 Und ja, was soll ich über den Weg sagen? Der Weg ist mittelschwell wie die meisten Wege Circa dreieinhalb Stunden dauert der Weg, 12 Kilometer und 225 Höhenmeter Werden wir rumgehen Sehenswürdigkeiten sind so ein paar mehr Irgendwo welche Wege, Wald, klar Naja, nur noch ein paar mehr Na gut, wir werden hier anfangen bei der Kirche Laut den Dingen ist hier auch der Startpunkt Und wir müssen da lang gehen Es ist kalt übrigens, es ist minus eins heute Ich glaube hier oben ist sogar noch kälter, minus zwei würde ich sagen Ist halt wieder ein kleiner Rundweg Naja, klein, vier Stunden, zwölf Kilometer ist das klein Ja, ist klein Schauen wir mal schon Gut Dann Seht ihr die Kirche Schön Schöne kleine Kirche Wollen wir da noch reingehen? Jetzt nicht Ich muss erstmal meine Hände aufwärmen Es ist kalt Oh Hände in der Tasche Gut Dann bis gleich Tudu 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 Ben Tudu Uh Das war's für heute. Vielen Dank. Vielen Dank. Und? Abgas. Betritte verwoten. Abgas. 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 angekommen. Wir haben leider den Weg nicht ganz geschafft, weil wir haben ein bisschen wenig Zeit. Wir müssen gleich noch weiter. Und wir sind gelaufen. Drei Stunden jetzt. Und wir waren ungefähr bis dahin gelaufen. Wenn ihr seht, also diese Ecke hier fehlt uns noch. Diese Ecke, die fehlt uns noch. Und das wäre länger wie eine Stunde gewesen. Und um 1 Uhr hast du den Termin? 1.30 Uhr war das, ne? Mhm. 1.30 Uhr. Deswegen, sorry, wir haben leider nicht alles geschafft. Aber den restlichen Weg kennen wir auch. Sind schon mit dem Fahrrad langgefahren. Da hat man eine schöne Aussicht über Vosswinkel von hier rum, von dem Friedhof. Sehr schöne Aussicht. Und ansonsten, der Weg war sehr schön. Da läuft man nur zweimal zweimal an einer Landstraße vorbei. Das ist ein bisschen doof. Und einmal muss man die Hauptstraße überqueren. Mhm. Dreimal Landstraße. Mhm. Ja. Auf jeden Fall, man kommt am Flugplatz vorbei. Habe ich ja gefilmt. Glück gehabt, dass wir gerade da kamen, wo der Flieger gelandet ist. War richtig cool. Ganz. Und an einem Schloss sind wir vorbeigekommen. Das kannten wir auch schon, waren auch schon mal da gewesen. Haben es allerdings von dieser Seite noch nicht gesehen gehabt. Und sehr schön. Mhm. Also, ja, der Weg ist eigentlich ganz schön, ne? Sehr ruhig, sehr viel Vögel. Nicht so viele Leute. Nicht so viele Leute. Ja. Ich bin jetzt hier wieder auf dem V-Weg im Vostwinkel. Wir gehen heute den Rest. Heute ist der siebte, dritte. Zwei Tage später. Und allerdings habe ich meine Batterien vergessen. Also, ich muss ein bisschen einsparen, weil die Batterie auch schon fast leer ist. Also, dann seht ihr noch den Rest. Bis gleich. Tschüss. Tschüss. So, ich werde jetzt beide Videos zusammenschneiden. Also daher, nicht wahrgenommen, wenn ich noch was anderes sage. Jetzt aber am Ende. Das werdet ihr jetzt sehen. Haha. Bis gleich. Dann würde ich mal sagen, das war's für heute. Danke für das Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr bei uns zum Video mal seid. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß. Und auf Wiedersehen. Huuu. 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 Ahuu. Huuu. Huuu. Untertitelung des ZDF für funk, 2017